Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Getroffen! Okay, es war Trifternat. Ich wollte jetzt eigentlich... ...den Kerl da besiegen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ja. Ja, den hätten wir schon mal. Dann werden wir noch gut den da besiegen. Ich wollte jetzt nochmal austesten, ob er hier hoch schießen kann. Na. Schaut gut aus, dass er das nicht kann. Aber wie es auch ausschaut, reicht unser Damage nicht, um den Kerl da mit unseren... ...möchtigen Pfeilen... ...was anzuhaben. Okay, da hat er getroffen, wie auch immer das gehen soll, weil da ist eine Wand. Aber er hat halt getroffen. Egal. Na gut. Das geht schon mal nicht. Ich sollte vielleicht schlafen gehen. Wäre, glaube ich, das Beste. Ich glaube, das wäre wirklich das Beste. Hier gibt es ja weiter und breit leider keine Schlafmöglichkeit. Da drüben, glaube ich, habe ich noch einen Viech gesehen. Gefährliche Gegend. Hier hüpft so ein Viech herum. Na, wie viele von diesen großen Viechern gibt es denn da noch? Das ist echt übel. Ist es weit zum Herlaufen? Ich glaube nicht, oder? Na. Das geht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal fix... ...schlafen am besten. Ich würde sagen, zurück ins Lager, ne? Mal ganz auf die Schnelle. Und hauen uns mal kurz aufs Ohr. Würde ich sagen. Na, du komischer. So. Tap, 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 tap. Dann können wir auch die Karte, die wir gefunden haben, einsetzen. Da. Die Karte war da drüben. Das ist ganz nett hier. Na? Finde ich auch. So, die Karte. Kartenstück 12 hinzufügen. Schön. Und dann hauen wir uns mal aufs Ohr. Bis zum nächsten Morgenpennen. Ja. Was, ich würde aufstehen? Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Hat die gerade neben uns gepennt? Ja, Liebling, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, mein Liebling. Das hätte ich mir auch gewünscht. Ja. Gut. Dann geht's weiter, ne? Nochmal zurück, würde ich sagen. Ähm, wir sind jetzt etwas gestärkt. Ähm, ich hab zwar überhaupt sonst, hab ich eigentlich... Wir haben nichts, sollte ich sagen. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ähm, ich hab wirklich nichts mehr. Ja. Ein Level Up wird uns nicht schaden. Wie lange haben wir noch? Bis zum Besagten. Ist gar nicht mehr so viel. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja. Ich gebe mein Bestes, gnädigste. Und zack. Metallschrott, ja. Goldbrocken. Elexisbeutel. Das habe ich nämlich total übersehen. Eine Reisetasche, die habe ich auch super übersehen. Suppe gibt's. Guten Teller und einen guten Löffel nehmen wir alles mit. Super. Ja. Dann wollte ich eigentlich hier mal durch, ne? Und wollte mir den Konverter da anschauen. Da oben hätte es noch... Wow. Da oben hätte es noch Gegner gegeben, glaube ich, ne? Aber das ist mir halt echt ein bisschen gefährlich, wenn dieser große Kerl da herumschweift. Herumstreift, so. Das ist dann nicht lustig. Die waren hier irgendwo, oder? Oder auch nicht. Hier waren sie. Es geht los. Ja. Es geht los. Du sagst es. Zack. 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 Den Hesher hätten wir. Den nächsten Hesher. Das ist auch erledigt. Und wenn wir Glück haben, der nächste aufgleich. Sehr gut. Gut gemacht. So muss das ausschauen. So, da wollte ich was looten. Entschuldige bitte. Da ist er. Sehr gut. Dann können wir uns kurz das Lager da rüben anschauen. Ob hier noch was liegt. Aber ich glaube nicht. Okay. Passt. Können wir speichern. Hier drauf bitte. Danke. So. Und dann schauen wir uns gleich weiter um. Jeder tote Gegner ist ein guter Gegner. Aha. Dann würde es in die Kampfmaschine. Komm her. Das glaube ich. Wann kommt? Ist er hin? Also das war knapp. Ich habe euch nur noch einen Lebenspunkt. Holler die Waldfee. Das war knapp. Ich glaube ich bohrt mich wieder weg. Zum Erholen. Ja. Und bohrt mich dann wieder hin zum Weiterspielen. Ich muss da mal so geschießen tun. Das tut mir leid. So. Alter. Einmal den großen Zeh anhauen und wir sind tot. Und jeder weiß, der große Zeh tut mehr, wer ist der Kleine. So. Also schnell hinlegen. Bis mittags. Ich glaube das geht sich aus. Ist ja krass ey. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Mhm. Das stimmt. Und dann probieren wir es gleich nochmal. So. Boah ey. Das war haarscharf. Das war richtig knapp. Richtig übel. Aber jetzt kann es nur besser werden. So. Ah, das sehe ich gerade. Da sehe ich Getier. Nicht gut. Eine Kampfmaschine. Nicht gut. So, komm her. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Yeah. 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 Und yeah. Super. Das heißt, wir lernen gleich Konstitution, bis wir 53 haben. Das hatten wir gebraucht. Wird sich's aus? Yeah. Super. Und übernehmen. Passt. Ähm. Jetzt könnten wir ganz schnell unsere Waffe aufbessern. Alter, ich brauche so viel Geld. Ah. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Ähm. Warum nicht? Machen wir gleich. Ich weiß, das ist ein ziemliches, schlimmes Hin und Her, aber ist mir gerade echt so wurscht. So, was war da? Thorald. Warum? Achso, wegen seiner Mission. Ähm. Und zwar zum Schmied. Ja, bitte. Eine gute Waffe, eine bessere. Das ist immer, immer, immer gut. Immer, immer, immer gut. Immer, 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 immer gut. Immer, 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 gut. Immer, 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 gut. Yeah, yeah, yeah. So, also, Werkbank. Das macht jetzt zwar wieder einen Schirchenbrenner, aber dafür haben wir eine coole Waffe. Pah, lieb. Plus 17 Stärke kriegen wir dazu. Und deshalb wird sie hergestellt. Ja. Okay, Stufe 3, höher geht sie nicht. Wir können jetzt nur noch sockeln. Echt, das geht. Ich hätte das schon gern. Mist. Das haben wir drauf. Und ein zweiter Sockel geht auch noch. Bonus Schaden. Gesundheit pro Treffer. Ah, zum Heilen. Mhm. Das wäre schön. Das haben wir drauf. So muss das ausschauen. Sehr gut. Ja. Schaden, Bonus Schaden, Gefährte und Bonus Gesundheit pro Treffer. Ich glaube, das passt. Einsetzen. Da geht nichts mehr. Gut. Meisterliche Zahnachs der Outlaws. Wir tragen eine Outlaw-Waffe. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe es nämlich gar nicht gelesen, den letzten Satz da unten. Egal. Wen juckt sie es gut. Und somit passt sie genau für uns. So. Wir müssen uns jetzt hier nur noch ausrüsten. Ach ja, stimmt. Und da wollte ich noch den Schild. Kalars Hammer. Können wir den führen? Tatsächlich. Zweihandwaffe. Einfacher Hammer des Kalaren. Kann man sie werten? Ja, man könnte sie verbessern. Wie viel Damage macht sie mehr? 50 macht sie dann. Äh. Ne. Bleiben wir bei uns am Kerl. Das passt schon. Aber den Schrottschild. Kann man den? Ist das ratsam? Schaden 36. 500. Das ist eh schon wurscht. Die Erz-Berserker-Rüstung kann ich mir so in 1000 Jahren nicht leisten. Da kann ich genauso gut den Schrottschild aufbessern. Geht's ja auch schon Stufe 2. Na. Konstitution fällt mir da einen Haufen. Da wissen wir schon, was wir uns nächstes beibringen könnten. Ne? Gut. Dann. Inventar. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ah, heute Kusch. So. Hä? Achso, Waffen. Ich bin doof. Ähm. Und zwar haben wir hier Einhandwaffe. Die Zahnrad-Axt. Falsch. Zahn-Rad-Axt. Ich bin auch eine... Ich bin auch eine Zahn-Rad-Axt. So. Die Zahn-Axt. So. Wie schaut sie jetzt aus? Immer noch gleich wahrscheinlich, ne? Oder? Bisschen besser? Bisschen besser. Können wir lassen, glaube ich, ne? So. Wir sind blank. Wir sind blank. Können wir Tränke machen? Äh. Das wären wir am liebsten. Wenn wir da noch ein paar machen könnten. Mir fehlt aber Kronstöckel und Schnaps. Schnaps wäre nicht das Problem. Aber ja. Mächtiger Heiltrank. Ein Stück. Großer Heiltrank. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Geht gar nicht. Heiltrank. Da fehlt noch was. Geht auch nicht. Okay. Dann lassen wir es gut sein. Ähm. Gut. Wieder zurück. Zum 20. Mal. Ja, ja. Ist schon gut. So. Also zurück zum 20. Mal. Zum Schneepass. Ja, bitte. So. Kann nur besser werden. Wir müssen uns halt langsam vorarbeiten. Ja. Dann wird das schon. So. Gibt's hier Wesenkraut. Wunderbar. Gruselig. Was? Alles gut, Mädel. So. Tap, 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 tap. So. Alle bösen Gegner. Hände hoch. Da meldet sich nie jemand freiwillig. Nie. Unglaublich. So. Haben wir da oben irgendetwas, das uns in den Rücken fallen könnte. Schaut nicht so aus. Dann schauen wir da mal auf dieser Brücke nach. Vielleicht liegt irgendwo ein Item für uns. Schaut nicht so aus. Okay. Dann wird das Ganze wieder speicherungswürdig sein. So. Und dann war da vorne, glaube ich, noch ein Wühler. Oder so ein Schneeviech. Da vorne, glaube ich. So. Ich fühle mich jetzt gerade richtig stark. Mit unserem neuen Schild. Also mit unserem aufgemotzten Schild. Und unserer aufgemotzten Waffe. Fühle ich mich etwas stark. Muss ich schon sagen. So. Ja, ja. Da ist noch ein Überbleibsel. Moment. Das Viech wollte ich doch töten. Wer hat denn das Viech kaputt gemacht? Das ist die Frage. Bum, bum. So. Kann man lassen. Waffe gut. Waffe gut. Waffe macht gut Job. Passt wunderbar. So. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Converter? Ich glaube, ich habe den ein bisschen aus die Augen verloren. Ähm. Unglaublicherweise. Das Stück wieder rauf des Weges. Okay. Tap, 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 tap. Also in diese Richtung. Tap, 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 tap. So. Mal looken. Wo sind wir denn? Irgendwie komplett falsch. Wir müssen darüber. Tap, 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 tap. Also irgendwie darüber müssen wir mal zuerst. So. Aber ich mag das, dass wir schon so gute Ausdauer haben. Jetzt können wir schon richtig gut kämpfen und richtig gut laufen. Vor allem. Das ist gut. Das ist gut, gut, gut. Gut. So. Da waren wir auch schon. Und hier haben wir den Converter. Und jetzt tun wir mal wieder speichern, weil wir doch sehr weit gelaufen sind. So. Wenn wir verrecken, dass wir nicht so weit zum Hatschen haben. So. Aha, da vorne haben wir Gegner. Aber das geht schon. Nächster ist schon hin. Und dann der nächste kommen. Und dann geht schon ein drüber. Und der nächste auch noch. Wenn ich Energie habe. So. Und das war's mit dem Kerl. Super. Das lief ganz, ganz famos. Ganz super. Wo ist der dritte? Da. So, eins, zwei, drei. Da vorne ist wieder jemand, ne? Warte, Spiel speichern. Da und da. Ich muss kurz mein Ohr kratzen. Ach. Das hat schier gekratzt jetzt. Also gejuckt. So, schierig gejuckt. Ich muss mich kratzen. So, jetzt hab ich's. So. Achtung! Zwei Stück schon wieder. Da haben wir so'n Kerl. Schrotteneimer. Schrotteneimer kaputt. Schrotteneimer kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Dann schauen wir uns hier weiter um, ne? Speicher speichern. Ja, ja. Bitte, ja. Und dann klucken wir uns weiter um. So. Ein paar Minütchen haben wir noch. Da vorne ist das nächste Opfer. Ich dachte, da wär so'n Viech. So'n großes Ding. Ähm. Ich möchte, äh, Munition sparen. Das heißt, zwecks Fernkampf möchte ich gerne die magische Faust verwenden. Ich würd sagen, nehmen wir Feuer. So. Gefährliche Gegend. Komm nachher. Und zack. Sehr gut. Blecheimer. So. Dann zum nächsten. Was ich irgendwie schmerzlich vermisse, ist ein Teleporter. Um ganz ehrlich zu sein. Ähm. Und etwas zum Heilen. Sollte man was verknuspern. Ähm. Ein Topf. Der ist gut. Aha. Der hat ne Nummer. Achtung! Ja, Achtung. Aha, das sind drei. Das ist nicht gut. Der ist hin. Der ist beide umgehauen. Ah, nicht schlecht. Ah, jetzt zu dir. Fast. Schrottkibel. Das geht ja ganz gut. Das geht ja richtig gut. Ein Level ab haben wir jetzt noch nicht, ne? Nein. Hatte ich beim letzten Wup 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 gesagt? Wenn nicht, dann mache ich es nachträglich. Wup 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 Wup. So. Rein können wir da nicht. Gut. Ah, da haben wir noch ein paar. Ein paar Opfer. So. Wieder schön brav speichern. Wir wollen jetzt den Fortschritt nicht verlieren. So. Und. Ich erledige. Na, kommst du mir her, ihr drei Krippeln. So, der Sahin. Und du bist dann geahndet. Sehr gut. Fein, fein, fein. Sehr, sehr gut. Das läuft schon sehr super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr zufrieden. So, wieder einmal speichern. Super. Da haben wir noch ein Opfer. Ein bisschen Mana habe ich noch. So, ein bisschen ankokeln. Jetzt hat noch keinem geschadet. Komm da her. Und hin ist er. So. Und da vorne haben wir noch jemanden. Aha, da könnte... Ja, das habe ich bisherig vergessen. Dass der mit der großen Kampfmaschine verbunden ist. Das heißt, wir müssen jetzt auf der Schnelle einen Trank zu uns nehmen. Wenn ich mich jetzt nicht verdrücke. Brause können wir auch wegsauchen. Schneller, 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 schneller. Krass. Ja, das habe ich befürchtet. Ähm, das habe ich befürchtet. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe die Maschine zu spät gesehen. Hinten. Dass man beide buhlt, war eh klar. Aber ich war wieder einmal zu dämlich. Moment. Eine Drohne? Habe ich auch nicht gesehen. Ich sollte vielleicht zuerst ein bisschen Brause und so zu mir nehmen. Und vielleicht ein Teller Suppe. Vielleicht kann man die Drohne pullen. Das war jetzt nur die Idee, glaube ich. Die große Kampfmaschine haben wir nicht gepolt. Interessant. Sachen gibt es. Interessant. Wirklich. Kann man nur so sagen. Ähm, okay. Der Part wäre auch zu Ende. Ähm, ich nehme nochmal ein bisschen Brause, weil von dem Zeug, glaube ich, meh. Brauchen wir sonst eh nichts kochen, können wir auch nichts damit. Also passt das gut. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute hier. Und im nächsten machen wir die Kampfmaschine platt. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.